Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei WhatsApp Wörter fett schreiben könnt, kursiv schreiben könnt oder auch durchgestrichen schreiben könnt. Um bei WhatsApp Wörter fett zu schreiben, müsst ihr einfach nur vor das Wort ein Sternchen setzen und hinter das Wort nochmal ein Sternchen und ihr seht, schon ist dieses fett geschrieben. Setzt ihr vor das Wort ein Unterstrich und hinter das Wort nochmal ein Unterstrich, ist es kursiv geschrieben. Setzt ihr vor ein Wort die Schlangenlinie und hinter das Wort nochmal die Linie, dann ist das Wort durchgestrichen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch kombinieren. Zum Beispiel mit Stern, Schlangenlinie, Test, Schlangenlinie und Stern. Und nun habt ihr ein fett durchgestrichenes Wort. So könnt ihr weiter ausprobieren und eure Wörter schreiben, wie ihr möchtet. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, schreibt mir dies einfach unten in den Kommentaren. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und abonniert auch gerne meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!